guten tag mein junger freund ich grüße dich herzlich in meinem labor was kann ich für dich tun hey alter pass auf ich mache ein projekt für meine uni ich wollte noch was über physik erfahren ich habe so viel für dich da das ist mein ganzer stolz der große hadronen speichering oder auch der large hadron collider genannt wir lassen dort winzige teilchen mit ungeheurer energie aufeinander prallen um den geheimnisvollen bausteinen der materie wie higgs boson und susi teilchen oder quarks auf die spur zu kommen des weiteren um die geheimnisvolle dunkle materie zu erzeugen hey sorry man ich habe nur das wohl großer kapiert im großen hadronen speichering stossen wir die teilchen zusammen dadurch entstehen bosonen und quarks du hast quark in diesem collider das ist der hammer man dass du mich zeugs in so einem ding machen kranz kannst du ihn öffnen ich habe einen schrecklichen hunger